Toilette? Ah, das ist ein Lootfest. Ich weiß gar nicht mehr, was Glückssame ist. Entschuldigung. So, die Keycard habe ich aber noch nicht, ne? Nee. Ist sie bereitwillig in den Tod laufen? Was ist das hier? Mann, ich hab dich schon wieder gesehen. So eine schlechte Reaktion. Ist das hier? Okay. Oh, der zweite Teil ist so scheiße mit diesen Automaten, weil da gibt es nämlich Mechs. Die tarnen sich als diese Automaten. Und die sind richtig, richtig übel, weil die auch so Plasma-Waffen haben, die die Schilde umgehen. Fettes Dislike. Na? Na? Stirb! Rebellenschwein. Moment. Ich... Mach's lieber. Na? Ha, 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 ha. Ein Ringling. Ah! Und Minen. Ich hoffe, dass ich sie auf keine draufsap. Ah! So, wir dazu. Ja? Und die umgehen auch still, ne? Ist auch nicht toll. Ah! Scheiß! Sensor! Au! Ich brauch nen Alarm. Knopf! Ein Ringling! Ender! Aaaaah! 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 Und hier ist keine! Na? Loot? Okay. Zack! Zack! Jetzt wird echt immer schlimmer. Ich glaub ich werd krank. Ich dachte schon so nen kleinen Schnupfen gehabt. Japp. Aaaaah! Die Steuerung ist manchmal echt zum Kotzen. Japp, Energiezellen. Wow. Achso, ist nicht erlaubt. Eindringen. Sie melden. Aaaaah! Ich hab volle Munition vor der Pistole. Aaaaah! Jetzt hat eben die Pflanze explodiert. So, eine krasse Pflanze. Ah, Alarmknopf! Nööööö. Erstmal nicht. So, warte mal. Die Kamera wird da richtig schön. Tür ist verschlossen JAAA Madpack Scheiße, das Ding hat jetzt entscheidend ein Schild Was ist denn? Was ist denn echt ein Schild? Puh, hab schon gedacht Uh, drei Wachen Nichts auf dem Kasten hab Ah, ich wollte dir nicht so viel erzählen, aber ich bin immer so ein bisschen müde Das Ding ist doch Ich hab Hunger Ja Ich muss mir nen Kaffee machen, aber die Frau schläft Pfff Ja, okay Sonst noch was Nein Aus Böse So Ja, dann machen wir's ja lieber auf die alte modische Art So Delle Zapp Zapp, zapp, zapp Na Na Madpack Gibt mir dein Geld So Du 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 Ja, ist gut. Ich hab's gesehen. So. Ich hab auch die Liste unserer Spiele, die wir spielen, ein bisschen erweitert. Sind nur so ein paar Ideen, die mir eingefallen sind. Das sind alles Sachen, von denen ich gerne echt mal LPs machen würde. Aber was wir da machen, müssen wir halt mal schauen. Super. Ah! Da ist Geld. Money. Money, money, money. Zweimal totales Fail. Eigentlich sollte ich auch zum Teil Computer lesen, weil manchmal werden da versteckte Türen geöffnet. Und da gibt's noch echt coole Waffen. So ein Plasma und Lasergewehre. Das war fast eine Hinrichtung. Ja! Fuck. Sieht man das jetzt so hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt hat mich aus, dass ich in die Windows-Taste gedrückt. Jetzt seh ich meine Taskleiste. So richtig ekel, was ist denn das gewesen? Scheiß, genau. Genau, jetzt seh ich meine Taskleiste. Und die Bildschirmwand. Ah, da könnte vielleicht was drin entstehen. Na? Na? Ja. Okay. Regalen ist auch manchmal was, aber in dem Fall nicht. Ich metzel hier alles nieder. Oh, die letzten Missionen werden ziemlich ekelhaft. Ich mach' jetzt schon Angst vor. Da renn ich dann bloß mit Granatwäffer durch die Gegend. Und ich mach' jetzt noch nicht zuerst. Ich muss mich einfach nur hinknien, weil das negiert das ganze Durchladenkraft. Okay. Ich glaube, ich bin mit automatischen Waffen besser dran. Ah, 7 Magazine schon. Ach, sparen wir sonst. Da ist ne Kamera. Ah! Mann! Oh. Ist schon Alarm ausgelöst? Nein! Geh weg! Ja, die spawnen doch manchmal Spinnenminen. Kein Spaß. Wir haben uns ja vorhin in einem Granatbeirrfach gesehen, wie viel Energie ich da verloren habe. Nicht durch einen. Ah! Und ich sag's noch! Soll ich jetzt Angst haben? Ey! Was ist denn heute los? Was? Ah! Ah! Ich lasst noch ein Healthpack verschwenden. Ah! 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 Aufschuss! Ich mach mal ein Zwischensave. Einfach mal so. Holter, die Holter. Ich glaube, es gibt da ne Quick-Safe-Taste. Aber ich weiß grad nicht, wo die ist. Das war's.